Hallo und herzlich Willkommen. Ich würde dich gerne auf eine meiner nächsten Veranstaltungen einladen, der Systemischen Strukturaufstellung mit Selbstintegration. Mein Name ist Cornelia Müller und ich helfe Menschen, ihre wahre Größe zu leben. Ich zeige ihnen neue Perspektiven, um das nächste Level in ihrem Leben erreichen zu können. Und eins meiner Werkzeuge dazu ist die Systemische Strukturaufstellung. Vielleicht kennst du das ja auch. Du hast vielleicht Probleme, Grenzen zu setzen oder mangelndes Selbstbewusstsein oder du kannst schlecht Nein sagen, bist öfters verwirrt, kannst keine klare Kommunikation führen oder auch in Organisationen, Teams gibt es Probleme. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, das Ganze mal systemisch anzuschauen. Ja und ich würde mich freuen, dich auf eine meiner nächsten Veranstaltungen sehen zu können, zu treffen und dir helfen zu können, in deine Wadegröße zu gehen. Und hier unten kannst du alle weiteren Informationen finden zu meiner nächsten Veranstaltung. Alles Liebe, ich wünsche dir alles Gute, lebe deine Wadegröße, deine Cornelia